Falls du da draußen noch richtig viel Geld brauchst in GTA Online, dann schau jetzt auf jeden Fall in die Beschreibung, denn dort ist mein Partner JG Gaming verlinkt und bei JG Gaming bekommst du GTA Geld, GTA Level zu wirklich sehr günstigen Preisen, du hast dort eine sehr schnelle Lieferung und wenn du irgendwas brauchst für GTA Online, dann gönnest du dir auf jeden Fall bei JG Gaming. Dort kannst du auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn du im Warenkorb bei den Rabattcodes einfach meinen Code Piero angibst und ja, check das auf jeden Fall ab, Link in der Beschreibung. Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Piero. Heute ist Donnerstag und das heißt, wir haben wieder eine brandneue Eventwoche in GTA Online mit einem Gratisfahrzeug auf dem Podium, mit einem Gratisfahrzeug als Preisfahrzeug mit Geldmethoden, Rabatten und genau das werden wir uns hier heute in diesem Video gemeinsam anschauen, also bleibt auf jeden Fall am Start. Wie immer werden dann jetzt natürlich noch ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben. Ein Gruß geht nämlich raus an den Gamer KingHD, dann geht ein Gruß raus an den MugenFX und ein Gruß geht dann auf jeden Fall raus an den Tore Neuendorf. Wenn du eben auch mal in einer meiner Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann lass einfach mal ein Like auf diesem Video da und schreib einen Kommentar mit Hashtag Gruß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein in das heutige Video. Und zwar haben wir wie gesagt heute eine neue Eventwoche mit ins Spiel bekommen und starten werden wir auf jeden Fall mit dem Gratisfahrzeug auf dem Podium. Das ist in dieser Woche der Xeon Classic. Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Den Wagen könnt ihr auf jeden Fall die ganze Woche jetzt am Glücksrad drehen. Starten wir rein mit den Rabatten. Hier haben wir dann einmal Rabatte auf den Grottishita Classic. Wir haben bei Warstok einmal Rabatte auf die Tula und dann auch auf die Hydra. Die waren beide letzte Woche ja nicht im Rabatt, denn wir hatten letzte Woche ja überhaupt gar keine Fahrzeugrabatte. Also hier einmal die Warstok Rabatte. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wieder eine Flugzeugwoche, denn auch bei Elitas haben wir hier auf sämtliche Flugzeuge Rabatte. Also einmal auf den Sea Sparrow, auf den Sea Breeze, auf die Ultralight und auf den Alpha Z1. Und auch hier auf den Wellem 5 Sitzer und der Dodo ist im Sonntagangebot. Also ich glaube irgendwie, dass hier wieder eine Flugzeugswoche ist. Aber ich sage euch ehrlich, die Rabatte hau mich gerade bisher nicht so vom Hocker. Also jetzt auch bei Saufan San Andreas ist hier gar nichts. Also bisher ist es wieder ein bisschen schlecht. Ja und es bleibt auf jeden Fall auch dabei, dass es keine Rabatte bei Saufan San Andreas Superautos gibt. Dann haben wir Rabatt auf den Hangar. Also tatsächlich ist das hier wieder eine Flugzeugwoche. Naja, was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Das hatten wir erst vor 2-3 Wochen oder so. Und ja, mächtige Rabatte gibt es jetzt hier auch nicht. Also wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Ja und wie ich es mir schon fast gedacht habe, dreifache Dollar und RP auf alle Luftrennen. Also jetzt schon wieder eine Luftfahrzeugwoche. Nächste Fahrzeugwoche finde ich ein bisschen schwach. Rockstar Games wirklich muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, bin ich echt enttäuscht. Ich weiß nicht, wann diese Flugzeugwoche war, aber ich glaube, das war vor 2-3 Wochen. Und jetzt wieder der gleiche Scheiß. Letzte Woche, also da muss man einfach mal einen kleinen Real Talk machen. Letzte Woche war das schon scheiße von den Angeboten, weil wir keine Fahrzeuge im Angebot hatten. Aber heute in dieser Woche ist es ja schon wieder so ein Müll, den wir erst vor 2-3 Wochen hatten. Sorry für den kleinen Ausraster, Leute, aber das kann ja wohl nicht sein. Also irgendwann fühlt man sich von Rockstar Games einfach verarscht, dass man jede Woche irgendeine Kacke präsentiert bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall keine Ahnung. Wir gucken, ob es noch weitere Geldmethoden gibt. Aber wie gesagt, wieder eine Flugzeugwoche. Eure Meinung in die Kommentare. Und es gibt auf jeden Fall auf den Gegner-Modus Hunting Pack Remix Doppel-Dollar und Doppel-RP wenigstens einen Modus, wo es halt nicht nur um Flugzeuge geht. Das ist dann aber auch schon gewesen mit den Rabatten und mit den Geldmethoden. Dann guckt euch das Podiumfahrzeug an. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Preisfahrzeug. Und Leute, versteht mich echt nicht falsch. Es ist wie gesagt super geil, dass wir eben diese Eventwochen bekommen. Dass wir jeden, ja, jede Woche irgendwie neuen Content irgendwie bekommen, ja, durch die Eventwoche. Aber wenn man eben jede Woche so ein Update, so ein kleines Update rausbringt, dann muss man da auch ein bisschen was für tun, ja. Und das auch irgendwie gut gestalten. Und da uns so eine Kacke seit Wochen hin zu rotzen, ist halt frech. Dann machen die Eventwoche halt zwei, drei Wochen lang. Aber hau nicht jede Woche eine Eventwoche raus und die wird von Woche zu Woche schlechter. Und ich denke, irgendwann muss es ja auch mal gesagt sein, ja, weil das kann ja einfach eigentlich gar nicht mehr sein. Und finde ich auch immer nicht cool. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt nochmal eben das Preisfahrzeug an. Und ihr könnt mir natürlich gerne in der Zeit jetzt nochmal kurz einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Denn wir sind nämlich auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten und wir gehen jetzt eben gucken, was das Preisfahrzeug ist. Also Freunde, ich weiß schon, was das für ein Fahrzeug ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinung mit die geilste Sache aus der Woche in der aktuellen Woche. Und zwar haben wir als Preisfahrzeug den Comet S2 in der Cabrio Edition. Das ist doch mal eine coole Sache, man. Den könnt ihr euch diese Woche abholen. Wenn ihr die Aufgabe sehen wollt, geht ihr hier einfach rauf auf LSK mit Preisfahrzeugherausforderung. Und dann hier gelangen wir fünf Tage in Folge unter die Top 1 in einem Rennen der Verfolgungsserie. Das ist die Aufgabe. Und jetzt war es auf jeden Fall mit der aktuellen Eventwoche. Eure Meinung in die Kommentare. Sorry auf jeden Fall für den kleinen Real Talk. Aber der musste an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Dann checkt natürlich, wie gesagt, JG Gaming ab. Link ganz oben in der Videobeschreibung für GTA, Geld oder Level. Ich bin jetzt raus. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wahrscheinlich wieder. Ich bin jetzt raus. Wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute.